Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich habe mir das mit den Eistrollen angeschaut. Und zwar geht der Bat eigentlich in die Verstohlenheit. Sagt vorher eventuell noch sowas mit, äh, von wegen ich kann sie riechen. Geht in die Verstohlenheit und haut dem Typ 1 über die Rübe. Und dann kann ich ihn einfangen. Warum hat er das bei mir nicht gemacht? Man weiß es nicht. Naja, ich bin jetzt wieder hier, äh, Burg Siegeswald. Ich habe gerade gesehen, sie hat jetzt auch noch was. Da wollen wir doch mal gucken. Äh, was wolltest du denn hier von mir? Möchte, dass ihr vor Drassils Ast, vor Drassils Herz oder vor Drassils Tränen geht und sechs Schleimproben des entropischen Schlamms besorgt. Okay, was noch? Dass ihr zum Herz drehen, Kugel Geomanden in den Tiefen unter der Erdoberfläche an. Okay, das nehme ich mal mit. Jetzt überlege ich gerade, ob wir nochmal zu dem blöden Troll gehen. Ich wollte eigentlich hier hin, ne? Ach, Menno, ey, jetzt können wir wieder gar nicht entscheiden hier. Ich gehe erst mal da hin, das wollte ich ursprünglich eigentlich machen. So. Ach, es ist aber auch schwierig hier irgendwie gerade. Mein Gott. Überall was ist angefangen und nichts bekommt man fertig. Und 74 werden wir so auch nicht. Ich weiß, ich weiß, ihr Lieben. Es ist ein Elend. Na ja. Ich denke, ihr habt nichts anderes erwartet von mir. Ich düse jetzt erst mal da rüber. Was haben wir hier? Schleimproben. Warte mal, könnte ich ja einen Abstecher machen? Schleimproben. Ach, hier ist schon einer dabei. Hier haben wir vor, Drassils Ast. So. Tach, ihr Schleimproben. Grätze, go. Mach um. Mach's weg. Mach's tot. Mir egal, wie du das machst. So, hättest du denn eine Schleimprobe bitte für mich? Nein, natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? Dann hüpfen wir hier mal rein. So, um dieses Ding in der Wiese und da sind immer alles dran. Blablabla. Okay. Kugel. Ah. Okay, ja, dann gehen wir erst mal hier rein, ne? Voll die Entartung hier. Könnt ihr denn mal... Ah, dankeschön. Das ist sehr freundlich. Mein erster Schleim. Da freue ich mich doch halb tot. Es geht doch nichts über ein schönes Stück Schleim. So, warte mal. Hier ist ein merkwürdiger Nebel. Ah, sehr schön. Dann wollen wir doch hier mal ein Pröbchen nehmen. So, sehr schön. Der hat auch Schleim. Kretze, go. Vielleicht schaffen wir ja heute die 74 noch. Das wäre ja sehr angenehm. Ja, der schleimt meinen armen Kretze ein. Das ist ja ekelhaft, ey. Kann ich ja wieder stundenlang waschen. Okay, also hier ist nix mehr. Nix, nix, nix mehr. Na gut. Dann hauen wir hier mal ab. Ist da mein Flugviech? Nehmen wir das. So, jetzt warte mal. Bäh! Oh, bitte. Bitte, bitte flieg gescheit, ey. So, was haben wir hier jetzt? Die Tränen. Voll die Tränen. Geht's denn hier rein? Ah, hier. Alles klar? Bin da? Ich flieg einfach mal los, ne? Super, hier ist ja überhaupt kein Schleim. War da wieder einer vor mir da? Aber da können wir die Probe nehmen, okay? Sehr schön. Dann haben wir das auch. Komm Kretze, raus hier. Du bist kein Dachshund. Oder kein Dackel. Der in irgendwelchen Löchern unter der Erde rummachen muss, um irgendwelche Tiere aus den Löchern zu jagen. Was brauchen wir jetzt noch? Vor Drassils Herbst. Okay. Noch drei Schleimpröbchen. Ja, dann holen wir uns doch die hier mal, ne? Kann da unten mal bitte was procken? Na. Irgendwie nicht. Na, schmeckt's Kretze? Lecker, lecker Schleim. Na, jetzt prockt's wieder. Na dann. Ja, ja. Wir schaffen heute, glaube ich, die 74, ey. Pünktchen für Pünktchen holen wir uns hier. So, ein Schleimi noch. Und dann noch zum Herz. Hast du eventuell das letzte Pröbchen hier für mich? No. Äh, leider nicht. Ich versuche was mit dem hier. Och, komm schon, Leute. Echt jetzt? Na gut. Äh. Oh, das ist da unten. Okay. Na gut, dann gehen wir eben da hin. Da werden ja auch noch Schleimpröbchen sein. Oh. Ohne Momento. Das kommt auf jeden Fall mit. Dankeschön. Ach, da haben wir. Da haben wir den Baumstamm. Muss ich jetzt mal gucken. Wo muss ich denn hier dran? Was ist denn die Höhle? Ach, hier. Alles klar. Palum, palum. Huch. Alter. What the fuck war das denn jetzt? Ich hätte es irgendwo gegengeflogen. So. Sehr schön. Haben wir das. Und eine Probe noch. Und dann haben wir das fertig. Warum ist denn jetzt bitte hier keine Schleimprobe drinne, frage ich euch. Das ist auch unverschämt. Ja. Na, 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 na. Ja. Dann komm du mal her, bitte. Es wäre schön. Es wäre schön, wenn du die letzte Schleimprobe hättest. Ich will dich ja nicht drängen oder so. Bitte fühl dich nicht unter Druck gesetzt von mir. Aber es wäre wirklich schön. Flup. Ja. 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 Ach komm. Ey, die drei Punkte, die ihr mir jetzt auch noch geben könnt, ey. Oh, na, die Blinde möchte, dass ihr vier Handvoll samtigen Staubs besorgt. Auf dann. Und, äh, den kriege ich genau wo? Da. Aha. Na gut. Dann nehmen wir jetzt noch samtigen, weichen, fluffigen, flauschigen Staub. Na, 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 na. Und, äh, der sieht genau aus wie, man weiß es nicht. Gibt es den hier unten? Freudenfeuer. Ist ja eine Freude. Wo finde ich denn hier den Staub? Warte mal bitte. Hm. Äh, ja, also ich werde euch bitten, eine Reagenz, äh, zu besorgen. Aha. Von den Farnfresser Motten. Hm, aha. Farnfresser Motten. Die wahrscheinlich alle um sind. Hm. Ja. Also, ich sehe jetzt gerade nicht eine einzige Motte. Da ist eine. Oh, was ist denn hier? Was ist denn das? Könnte das eine Instanz sein? Sieht fast so aus. Ich weiß jetzt noch nicht gerade welcher. Irgendeine aus, keine Ahnung. Ich habe wieder keine Ahnung. Na ja. So. Ah, dankeschön. Ich werde da gleich mal reingehen. Ich möchte gerade wissen, was das ist da. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber ich denke nicht. Kretze und ich, wir müssen da unbedingt mal, äh, kurz reinluten. Oh, 74. Sehr schön. Einmal looten, bitte. Kretze. Brauchst mal ein bisschen Heilung, ne? Arme Schwein. Uh, das bringt es ja richtig. Ich hatte mir das irgendwann mal hier reingelegt. Ich habe das noch nie benutzt, ne? Schande über mich. Echt. Schande, Schande, Schande über mich. Kann ich Kretze doch viel besser mit heilen. Und mich natürlich auch. Naja. Habe es ja gemerkt. Wenn auch erst nach 18 oder 19 Folgen, ne? Aber ist ja egal. Besser spät als nie, wie ich immer zu sagen pflege. So, warte mal, bitte. Bevor ich mich jetzt hier zu weit davon entferne, habe ich jetzt schon, ne? Wo war denn dieser blöde? Bin schon vorbei, ne? Warte mal. Wo war denn der blöde Instanzeingang jetzt? Scheiße. Ja, hier geht es hoch nach Suldrak. Ach mein Gott, echt jetzt? Jetzt finde ich doch den Eingang nicht mehr. Das ist so typisch, ey. Warte mal, was war das hier? Bei diesen Stämmen? Ne, so weit bin ich doch eben gar nicht. Doch, warte mal. Hier war das. Scheiße. Ich bin doch von hier vorhin drüber geflogen, oder nicht? Das ist so typisch. Ich bin doch bestimmt jetzt höchstens drei Meter davon entfernt, von dem Eingang, den ich da gesehen hatte. Wo ist denn der jetzt bitte hin? Ah, es ist unfassbar mit mir. Hey, keine Ahnung. Ach mein Gott, echt. Es war ein Eingang im Holz. Ach, ich gebe es auf. Ich will jetzt nicht hier die Zeit damit vertrödeln, dass ich diesen Eingang suche. Aber ich wäre jetzt gerne mal reinmarschiert. Naja, vielleicht seid ihr mal bitte so nett und schreibt mir mal kurz, was das... Da, ah. Ihr könnt mir aber trotzdem schreiben. Ihr könnt mir bitte trotzdem schreiben. Ich gehe da mal rein. Ach, cool. Das... Trick 17. Ist gar kein Instanzeingang. Okay. Naja. Alles klar. Aber ihr könnt mir ja trotzdem schreiben. Schreibt mir irgendwas anderes. Das ist ja blöd gelaufen. Naja. Ach Gott, ey. So, einen. Einen hätte ich ganz gerne noch. Wo haben wir denn nochmal so eine kleine süße Motte? Ne, das ist ein Hirsch. Ein Hirschpopo. So, nein. So, nein. Ich möchte gerne das da anvisieren. Dankeschön. Und nicht die ganzen Mustangs. Die verprügeln mich doch, wenn ich die anpuffe. Geh du mal aus der Schusslinie, mein alter Samad. Bisschen lebensmüde bist du auch, ne? So, kann ich denn meinen Staub? Na, also. Es geht doch. Wunderbärchen, alles klar. Dann einmal umdrehen. Und wieder zurück. Und dann geben wir noch ab. Und dann soll es das auch gewesen sein für heute, ihr Lieben. Warum war das keine Instanz? So was doofes. Könnte eventuell aber eine Quest sein oder so. Ich weiß es nicht mehr. Kann mich auch nicht erinnern, ob ich da irgendwann mal in meinem Leben durch bin. In meinem Zweifelsfall schon. Irgendwann habe ich ja schon mal alles hier gemacht. Wo ist denn... Ach, da. Ja, dann nehmen wir es doch mit. Alter. Fliegt bloß nicht geradeaus, mein Freund. Echt. Schönen guten Tag. Guten Tag, junge Frau. So, was möchtest du noch? Trinkt den samtigen Trank bei Runas Kristallkugel und werdet Zeuge einer Vision der Vergangenheit. Mögen wir tun, ihr Lieben. Aber erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bitte schreibt mir. Und bis dahin, eure Träden.